«Wings by Rigolo» – so heisst das Tanztheater, das bis im Januar im Winter durch Tausende von Zuschauern begeistern will. Das Stück vereint Luftakrobatik, Stepptanz, Balance-Performance und vieles mehr zu einer mächtigen Show. Hier sind Bilder und Stimmen zu der gelungen Premiere. Es ist für mich ein ganz, ganz tiefes Erlebnis. Es ist genau das, was dein Herz gerne möchte. Es ist für mich Balsam, Herzensbalsam. «Titel-Star Así» «Liebe Moto» Eine Premiere ist dann eben immer ein bisschen spannend, klappt wieder alles, es ist natürlich noch nicht so eingespielt, wie wenn man schon 20, 30 Mal gespielt hat an einem Ort. Und darum ist eine Premiere natürlich immer speziell. Ja, das ist natürlich ganz speziell schön, dass meine Tochter jetzt in diesem Stück die Nummer macht. So wie sie es macht kann ich es nicht, mir gefällt es wahnsinnig gut, wie sie es macht. A bibliotheke. Ralph und нали.